So, noch so ein wunderschöner anderer Öko-Tipp. Daran habe ich mich echt verliebt. Statt den riesengroßen Backofen, einer, wo genau nur das Brot reinpasst, das ich backen will. Genau nur die zwei Pizzen, die ich aufbacken will. Genau nur das Gemüse, was ich machen will. Das ist nämlich auch wieder sowas wie mit dem Kühlschrank. Wenn ich viel vorbereite oder mache, dann muss ich das natürlich nachher auch wieder kühlen, damit es frisch bleibt. Sowas macht mir wirklich nur das, was ich gerade brauche. Und das ist immer noch recht viel. Also eine Pizza, eine ganz normale Pizza geht da komplett drauf. Ich habe da ja mehrere Einfuhrfächer. Die gibt es in mehreren Möglichkeiten. Ich habe jetzt extra eine genommen, wo nicht die Marke draufsteht. Das gleiche gilt für den Geschirrspüler. Geschirrspüler. Leute, nehmt euch doch einen schmaleren. Wenn ihr einen denkt zu brauchen, nehmt euch einen schmaleren. Nehmt euch beim Kühlschrank... Ähm... Oh, da sind Blütenblätter drin. Nehmt euch beim Kühlschrank wirklich nur was mit einem kleinen Eisfach, wenn ihr es denkt zu brauchen. Diese Eisfächer brauchen halt unendlich viel Strom, ne? Ich hatte so ein Ami. So eine Seite nur Eisfach, eine Seite nur Kühlschrank. Du konntest das aufmachen und dir fiel die Kälte entgegen. Ja, es ist irgendwie geil, wenn man aus 16 Eissorten und x wie viel Gänzekeulen und whatever wählen kann. Jedes Gewürz da drin, alles. Ja, ich hatte letztendlich den Einkaufsladen Tiefkühlfach nochmal daheim. Aber dir fällt die Kälte entgegen. Es kann es nicht sein. Es kann es einfach nicht sein.